Jetzt kommen erstaunliche Fakten über Boris Pistorius. Boris Pistorius ist ein deutscher Politiker, der seit vielen Jahren in der deutschen Politik eine wichtige Rolle spielt. Er wurde am 14. März 1960 in Osnabrück geboren und wuchs in einer politisch aktiven Familie auf. Sein Vater war SPD-Mitglied und so wurde Pistorius schon früh mit den Idealen der Sozialdemokratie vertraut. Nach seinem Abitur leistete Pistorius zunächst seinen Wehrdienst ab und studierte anschließend Rechtswissenschaften in Osnabrück und Münster. Nach seinem zweiten Staatsexamen arbeitete er als Jurist, bevor er 1991 seine politische Karriere begann. Pistorius ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, SPD, und hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche politische Ämter bekleidet. Er begann seine politische Laufbahn im Rat der Stadt Osnabrück, wo er 1991 als Stadtrat ins Amt gewählt wurde. Hier machte er sich einen Namen als engagierter Lokalpolitiker, der sich für die Belange der Bürger einsetzte. Seine Schwerpunkte lagen dabei vor allem auf sozialen Themen, der Stadtentwicklung und der inneren Sicherheit. Bereits in dieser frühen Phase seiner Karriere zeigte sich Pistorius als pragmatischer Politiker, der Wert auf eine enge Verbindung zur Basis legte. 1996 wurde Pistorius zum Bürgermeister von Osnabrück gewählt, ein Amt, das er bis 2002 innehatte. In dieser Funktion setzte er sich besonders für die Modernisierung der Stadtverwaltung und die Förderung der lokalen Wirtschaft ein. Er war bekannt für seinen direkten Führungsstil und seine Fähigkeit, verschiedene Interessengruppen an einen Tisch zu bringen. Unter seiner Führung wurden zahlreiche städtische Projekte angestoßen, die Osnabrück in vielerlei Hinsicht modernisierten. Besonders gedobt wurde Pistorius für seine Bemühungen, die Stadt umweltfreundlicher zu gestalten, indem er den öffentlichen Nahverkehr ausbaute und Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien initiierte. Nach seinem Ausscheiden als Bürgermeister wechselte Pistorius in die niedersächsische Landespolitik. 2006 wurde er in den niedersächsischen Landtag gewählt, wo er sich schnell als eine der führenden Stimmen der SPD etablierte. Seine politische Arbeit war weiterhin stark von den Themen innere Sicherheit und Sozialpolitik geprägt. Er war bekannt dafür, dass er sich intensiv mit den Problemen und Sorgen der Menschen auseinandersetzte und versuchte, praxisnahe Lösungen zu finden. Ein Wendepunkt in Pistorius' Karriere kam 2013, als er zum niedersächsischen Innenminister ernannt wurde. In dieser Position stand er vor der Herausforderung, die Sicherheitspolitik des Landes zu gestalten und gleichzeitig die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu wahren. Pistorius nahm diese Aufgabe mit großem Engagement an und machte sich schnell einen Namen als einer der profiliertesten Innenpolitiker Deutschlands. Er führte Reformen im Polizeiapparat durch, modernisierte die Ausstattung der Sicherheitskräfte und setzte sich für eine härtere Gangart gegen Extremismus ein. Besonders in den Bereichen Terrorismusbekämpfung und Cyberkriminalität war er federführend und drängte auf eine stärkere Vernetzung der Sicherheitsbehörden. Pistorius war jedoch nicht nur für seine Arbeit im Bereich der inneren Sicherheit bekannt. Er engagierte sich auch stark im Bereich der Flüchtlingspolitik. In der Hochphase der Flüchtlingskrise 2015-16 trat er für eine humane, aber gleichzeitig kontrollierte Zuwanderungspolitik ein. Er forderte klare Regeln für die Integration und betonte die Notwendigkeit, den sozialen Frieden im Land zu wahren. Dabei zeigte sich Pistorius als Politiker, der bereit war, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen, wenn er sie für notwendig hielt. Neben seiner politischen Arbeit war Pistorius auch immer wieder in kontroverse Diskussionen verwickelt. Kritiker werfen ihm vor, in einigen Fällen zu zögerlich oder zu hart gehandelt zu haben. Besonders seine Positionen in der Sicherheits- und Flüchtlingspolitik polarisierten oft. Während die einen ihn als besonnenen und pragmatischen Politiker loben, der sich nicht von ideologischen Grabenkämpfen leiten lässt, sehen andere in ihm einen Hardliner, der zu sehr auf Überwachung und Kontrolle setzt. So wurde Pistorius etwa für seinen Vorstoß kritisiert, die Sicherheitsbehörden mit umfangreicheren Befugnissen auszustatten. Gegner warnten vor einer Erosion der Bürgerrechte, während Befürworter ihn als Realisten verteidigten, der die Notwendigkeit erkannte, auf neue Bedrohungen angemessen zu reagieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt von Pistorius' Karriere ist seine Persönlichkeit. Er wird oft als bodenständig, volksnah und pragmatisch beschrieben. Diese Eigenschaften halfen ihm, in der Bevölkerung ein hohes Maß an Vertrauen zu gewinnen. Gleichzeitig wird ihm jedoch auch vorgeworfen, gelegentlich zu wenig Visionen zu haben und sich zu sehr auf kurzfristige Problemlösungen zu konzentrieren. Einige seiner politischen Gegner bemängeln, dass Pistorius zwar ein fähiger Verwalter sei, aber nicht die notwendige Inspiration und den Weitblick mitbringe, um wirklich tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Im Laufe seiner Karriere hat Pistorius auch international auf sich aufmerksam gemacht. Als Innenminister von Niedersachsen pflegte er enge Kontakte zu seinen Amtskollegen in anderen europäischen Ländern und setzte sich für eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit ein. Besonders im Kampf gegen Terrorismus und grenzüberschreitende Kriminalität spielte er eine aktive Rolle. Seine Arbeit in diesem Bereich wurde sowohl national als auch international anerkannt und er galt zeitweise als einer der einflussreichsten Innenminister Deutschlands. Ein weiterer wichtiger Aspekt in Pistorius' Leben ist seine Leidenschaft für den Sport. Er ist ein begeisterter Fußballfan und Anhänger des VfL Osnabrück. Diese Leidenschaft teilte er nicht nur privat, sondern nutzte sie auch politisch, um Brücken zu schlagen und in der Sportpolitik aktiv zu sein. Er engagierte sich für den Breitensport und setzte sich dafür ein, dass Sportvereine stärker gefördert werden. Dabei sah er den Sport nicht nur als Freizeitbeschäftigung, sondern auch als wichtigen sozialen Faktor, der Menschen zusammenbringt und integrativ wirkt. In den letzten Jahren wurde Pistorius immer wieder als möglicher Kandidat für höhere politische Ämter gehandelt. Besonders nach dem Rücktritt von Sigmar Gabriel als SPD-Vorsitzender und nach der Bundestagswahl 2021 wurde sein Name in politischen Kreisen häufig genannt, wenn es um die Besetzung von Spitzenämtern ging. Er selbst hielt sich in diesen Diskussionen jedoch meist zurück und betonte, dass er seine Aufgabe als Innenminister von Niedersachsen weiterhin mit voller Kraft ausüben wolle. Diese Zurückhaltung wurde von vielen als Zeichen seiner Bescheidenheit und seines Realismus gewertet, während andere darin eine mangelnde Ambition sahen, die für höhere Ämter notwendig sei. Ein nicht unwesentlicher Teil von Pistorius' Persönlichkeit ist seine Fähigkeit, Menschen zu motivieren und zu führen. In seiner Zeit als Innenminister von Niedersachsen baute er ein starkes Netzwerk innerhalb der Polizei und der Verwaltung auf. Er wurde von vielen seiner Mitarbeiter als fairer und entschlossener Vorgesetzter geschätzt, der klare Ziele setzte und seine Mannschaft hinter sich vereinte. Gleichzeitig wurde ihm jedoch auch vorgeworfen, dass er in einigen Fällen zu autoritär agierte und wenig Raum für abweichende Meinungen ließ. Diese Ambivalenz in seiner Führungspersönlichkeit spiegelt sich auch in seiner politischen Arbeit wider, auf der einen Seite steht er für klare, pragmatische Lösungen, auf der anderen Seite wird ihm gelegentlich vorgeworfen, zu wenig Kompromissbereitschaft zu zeigen. Ein weiteres kontroverses Thema in Pistorius' Karriere war sein Umgang mit der AfD. Als Innenminister von Niedersachsen setzte er sich intensiv mit dem Aufstieg der rechtspopulistischen Partei auseinander. Er war einer der Ersten, der vor der zunehmenden Radikalisierung innerhalb der AfD warnte und forderte, die Partei vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Diese Position brachte ihm viel Anerkennung, aber auch Kritik ein. Während seine Unterstützer seine klare Haltung gegen Rechtsextremismus lobten, warfen ihn Gegner vor, durch sein scharfes Vorgehen gegen die AfD zur weiteren Polarisierung der Gesellschaft beizutragen. Trotz der Kontroversen und Herausforderungen, mit denen Pistorius im Laufe seiner Karriere konfrontiert war, blieb er stets ein einflussreicher und respektierter Politiker. Sein politischer Stil, der von Pragmatismus, Bodenständigkeit und einer starken Verbindung zur Basis geprägt ist, hat ihm in Niedersachsen und darüber hinaus viel Respekt eingebracht. Er wird von vielen als jemand angesehen, der in der Lage ist, auch schwierige Entscheidungen zu treffen und dabei das Wohl der Allgemeinheit im Blick zu behalten. Boris Pistorius ist also eine facettenreiche Figur in der deutschen Politik. Er hat im Laufe seiner Karriere viele Erfolge erzielt und sich als kompetenter Innenminister und erfahrener Politiker einen Namen gemacht. Gleichzeitig ist er jedoch auch eine umstrittene Figur, deren Entscheidungen und politische Haltung immer wieder für Diskussionen sorgen. Seine Karriere zeigt, dass er ein Politiker ist, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und dabei nicht vor schwierigen Entscheidungen zurückschreckt. Ob er in Zukunft noch höhere politische Ämter übernehmen wird, bleibt abzuwarten, doch seine bisherige Laufbahn zeigt, dass er über das Potenzial und die Erfahrung verfügt, eine bedeutende Rolle in der deutschen Politik zu spielen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020